Hallo, herzlich willkommen zurück zu Thimbleweed und wir wollen nun herausfinden, ob Ransom the Clown wirklich seinen eigenen Lookalike-Contest gewinnen könnte. Oh, ich wollte gar nicht mit dem sprechen. Warum will ich mehr Tickets? Ich will mehr Tickets für Thimblecon. Wir haben nur Thimblecon-Tickets für K-Skum-Abu-Kontest-Winners. Was machst du hier, Abou? Was ist dein Problem? Du, wir versuchen, dass alle unsere Gäste fühlen, Abou. Mit diesem Mouth-Abu von deinem Mouth-Abu wird unsere wenige Gäste gefährdet. Lied, jetzt. Was machst du hier, Abou? Ja, dann geh ich schon. Ich geh schon, ich geh schon. Good riddance, Abou. Super. Genau. Geh einfach mal nach oben in die Con. Super. Okay. Also los. Wir haben ein vollständiges Witzebuch. Und. Da kommen ganz viele Leute. Also. Warum geht die denn? Vielen Dank, dass wir uns auf den Ransom-Abu-Kontest mit der Ransom-Abu-Kontest. Wir haben einen tollen Mann hier heute. Was ist er, B****, blind? Es stinkt hier. Ja. Also, wir sehen uns, wie wir ein paar großartige Enträge haben. Und ein paar nicht so großartige Enträge. Aber ich werde das Bezüge der Sache. Das stimmt. Super-Corey Genau Ich versuche jetzt mal natürlich Euch ist ja schon klar, warum ich das so mache Wir müssen ja unseren eigenen Contest gewinnen Das wäre ja so ein sehr, sehr schlecht So Ach so 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 Oh, zack. Genau, die haben wir euch auch nur umgeschaffen. Yay. What a lovely crowd we have tonight. I can't wait to meet all you wonderful special snowflakes. This is so unbelievable. I hold you all ransom with my jokes. Clever. Ransom, ransom. So smart. Wasn't Chuck the best human? So. Genau. Oh, God. Don't say die. Schön. Schade, aber das ist ja die Frage. Ich habe die nicht bekommen. Ob es da noch mehr gibt? Aber vielleicht schauen wir mal, was diese traurige Gestaltung ist. Ja. 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 Hm, wir müssen zum Abschluss, wir müssen die Gruft besuchen in das Penthouse und flüchten in das Jenseits. Aber das ist ja nicht das Thema, wir können es hier mal probieren. Looks like Marvin's Cousin Gary. Blue was never my favorite color. Boo. Können wir den nicht einfrieren? Sexy Riker. Na gut, oh, ne, die Ballons, Sammy. Oh, vielleicht können wir ja. Pew, pew. Cutting Edge Computer Technology. Dann können wir den doch vielleicht. The developers seem nice. I don't want to mock up their precious computer. Aber guck mal, hier ist wen. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. See you soon, Virgil. Nee, wir müssen da noch mal reden. Vielleicht hat der ne Idee. See you soon, Virgil. Nein, Entschuldigung. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know. Except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smells really nice. See you soon, Virgil. See you soon, Virgil. In the room of the Penthouse. Okay. Hmmm. Maybe... 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 Maybe we can help each other. Yeah, your f***ing uncle stole something of mine. I really want it back. I just want to find out what happened to Uncle Chuck. F*** your uncle. You know, I was at your fateful last performance. Maybe two days. Well... Good for you. So, did I insult you? No. I was hiding behind the person in front of me. You're tough luck. I loved insulting kids. It was so easy to make them cry. Hmmm... I've known Willy all my life. I don't think he did it. I'm just glad they didn't f*** pin it on me. Willy engraved my math trophy for me. Yeah, he engraved my f***ing trophies too. That was so long ago. Ja, gut. Dann probieren wir nochmal die letzte Option. Oh, now you're just being dramatic. Between all those sobbing people and Madame Marina's curse? I still get nightmares. Well, how do you think I f***ed feel? That witch ruined my career and now I can't even afford to buy make-up remove. As if it would do any good. Well, I think you probably deserved it. You! Tja, dann nicht so. Dann kann ich nur Ransom den Klauen. Apparently, you can win big Prizes in the Ransom Lookalike Contest. The actual Prizes are listed here in fine print. The first prize is a licensing deal with Mega Mega Toy Company. The second prize is a gift card. The third prize is an easy listening. The first prize is a licensing deal with Mega Mega Toy Company. Now the contest is over. There isn't anything going on here. It's turned on. Testing. One, two, three. Ich kann das hier vielleicht nehmen. I don't want to pick that up. Ja ... Nee ... Aber der muss doch, einer muss doch dieses Beschwörungsbuch finden. Der Papa. Hai. Vielleicht gehe ich nochmal in die Menschen? So, und vielleicht kann ich mit ihr da einen Beschwörungsruf hin, aber auf jeden Fall... Jetzt gräbt er da oben. Gut, ja, ja, das weiß ich ja nicht schon. So, dann machen wir die Tüme und dann... Nein. Ta-da! Ta-da! Ähm... Ähm... Naja, gut, wir könnten ihn hier einfach... Aber wie... vielleicht braucht man diese Linze... Okay, dann... Okay, dann gehen wir mal eben schnell in unser Zimmer und machen das. Oder? Auf dem Weg hier hin? Guck mal, können wir den benutzen? Das ist Uncle Chucks Index Tron 3000 Library Filing Lookup System. Ja. Benutzen wir das doch mal? Doch! Du musst doch das Totenbuch finden! Das Beschwörebuch! Das müssen wir doch haben! Ähm... Das wird doch sonst nix! Also, so... Naja... Benutzen... Testament mit Computer... Das ist ja cool! Das ist ja gut! Sieht perfekt. Es ist grafisch basic. Das ist grafisch basic. The powerful programming language from HESWARE is supercharged... Testament mit Graphic. Wir benutzen, äh, grafisch basic, in Computer. My Commodore 64 is now supercharged. With Graphics basic. Okay, dann können wir ja jetzt das Testament mit den Graphics basic benutzen. Okay, das funktioniert! Einige kurze 15 Minuten des Dekodierens und Dekodierenspäden. Oh nein, kann ich den Rest nicht lesen? Juhu! So, also schnell zurück, dann haben wir den zweiten Teil fertig. Oh nein, da müssen wir rein. So will ich nicht fast mal laufen. Dann... Oh, geht dann schnell. Nein, wir gehen nicht hier hoch. Du bist noch gar nicht da hoch. Juhu, wie kriegen wir die Gruft auf? Haben wir das nicht so schlimm? Wir haben ja auch hier... Den Plan und dann gucken wir mal, dass wir zum Friedhof gelangen. Was ist denn hier? Kann man hier auch hin? Ja, aber hier ist nix. Schade. Okay. Dann gehen wir zum Friedhof. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das nicht schöner gefunden hätte, wenn wir auch so Linien wie zum Beispiel in Monkey Island 2 oder in Tiana Jones gehabt hätten. Ist das... Ist das... Was ist das? Nix. Kann man nix auswählen. Auch hier kann man erst mal, glaube ich, und gucken, kann ich hier irgendwas... Nö. Hier ist nix. Also gibt es so einen langen Zusequenz. Hier? Und was? Nö. Ah, jetzt sind wir ja da hinten. So. Schauen wir mal. Es gibt schon viel Grafik. Da wird zu. Also sind viele Sachen für eigentlich bisher erst relativ wenig, was passiert. Machen wir die einfach mal auf, ne? Also gucken, vielleicht geht das ja. Oh. Hat irgendjemand von denen was... Ist das das? Wir könnten gucken, ob es dazu gehört. Vielleicht ist es ja so. Könnte natürlich auch sein, dass natürlich nicht, ne? Also das wäre ja auch fast so einfach. Und deswegen vermute ich fast, dass das nicht so ist. Ja. Generell so hoffe ich, dass die Folgenlänge für euch okay ist. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Also auf der einen Seite sind natürlich Folgenlängen von 20 Minuten relativ komfortabel. Aber es passiert ja auch in den 20 Minuten nicht zwangsläufig irgendwas. Deswegen gucken wir mal, dass wir so zwischen 25 und 30 Minuten da was machen. Und wir hatten ja auch was zu tun. So, dann probieren wir, nutze seltsam, seltsam auf... Schau an, Grufttür. Wie können... Haben wir hier irgendwas, womit wir den Switch umlegen können? Der hat nix. Also Ransom, hat der irgendwas? Nö. Die magische Schachtel vielleicht, aber... Hab ich natürlich auch gar keine Idee. Wo könnte ich denn noch irgend sowas finden? Hallo, Ransom, noch mal hierhin. Aber zum Wurzeln nicht. Das ist schon richtig cool. Ähm... Kann man das nehmen, hier? Nee, Ballons kann ich auch nicht nehmen. Ray hat auch nix. Das ist irgendwie nicht ganz so einfach. Kann ich hier was machen? Nee, vielleicht können wir ja einfach mal... Vielleicht muss der irgendwas tun. Ne, Staubkörner einsammeln. Aber das bringt ja auch nicht so viel. In die Kissenfabrik einbringen. Vielleicht probieren wir das mal, dass wir mit ihm mal da in die... zur Fabrik gehen. Und vielleicht finden wir da ja was. Safety for... Ich könnte doch einfach mal da anrufen. So, der kann mal... Safety for Savings. So. Der fährt mal in sein Hotelzimmer und guckt mal, ob wir den anrufen können. Könnte ja funktionieren. Also vielleicht... Ding, ting, ting, ding. So. Nutze. Ja. Oh, gibt's neue. Ja. Ja. Wir haben ein... Safety First Bank. Die sind fett gedrückt, ne? Also, vielleicht haben die ja was... Wir können die ja mal anrufen. Vielleicht passiert da ja was. Äh... 43... 55. Dann rufen wir mal an. Und gucken mal, was wird. So. Ding, ding. Ding, ding. Safely First Savings. This is Mr. El Palo. I'm away right now. Please call back later. Nee. Gibt's da noch irgendwas anderes? Nö, ne? Du, 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 du. Nö. Vermutlich nicht. Sonst wäre das hier jetzt auch irgendwie fett gedruckt. Denke ich mal. Also irgendwie. So und wie. Ja, das versuche ich jetzt nicht irgendwie darüber. Den geh woanders hin. So hier hin oder so. Also von da aus. Nee. Mach' auf. Schade, schade. Äh, wir müssen da irgendwie anders hin. Habe ich jemanden, der woanders steht? Nee, die ist da. Dann... Wo war denn die Bank? Nee, die ist auf der Hauptstraße, ne? Da war noch irgendwo. Aber... Äh, 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 wer ist denn du? Hi, Cheat. Free pizza coupons. What a free pizza coupon. Wink wink. Is the pizza free or the coupon free? Ah, hmm. I don't think I understand. You could be arrested for dressing like that. Who are you? Are you the cops? Hm, hmm. Ich will mir eine Pizza reinschauen. Warum eigentlich? You're a fed. Well, I can tell by this suit. Ah, I just knew it. I know my rights. I need to see a warrant. This is an illegal arrest. Ah! Wir sind dieser Stadt kaputt, ne? Oh, vielleicht hat er in Hamburg... Nee, also erstmal versuchen wir hier... Gehen wir mal zurück zur Bank. Und gucken mal, ob wir bei der Bank... Ob wir da was Neues herausfinden können. Ja, das wissen wir. It says, we're out of the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely first savings manager. Mr. El Paulo. It says, we're out of the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely first savings manager. Mr. El Paulo. Guck, wir machen mal Öffner einfach mal. The doors are locked. And nobody's inside. Und wir probieren's hier wieder mal. Ja, dann passt das eben nicht. Kann ich vielleicht dahinter... ...in der Gasse... ...sie auf die Rückseite können? Nee, außer, dass da Staub ist. Bisschen nix. Aber ich brauche doch irgendwie so einen Hamburger... ...und dann kriege ich da irgendwie das Zeug. Ähm, ich möchte was zu essen stellen. Ja. 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 Das ist doch... …gig. Ah, du kaufst wahrscheinlich kein weiteres Hotut reiter. Was kann ich für dich machen, Lieber? Ich möchte ein bisschen Essen kaufen. Klar, alles ist auf dem Menübord. Was willst du? Ich habe einen Salad. Siehst du deine Figur? Gut für dich, Lieber. Ja, aber wir haben einen Salad. Ich weiß jemanden, der kann man mehr Salad essen. Schau dich, Dave. Na gut, dann fragen wir doch mal danach. Na gut, dann warten wir einfach mal. Ich fürchte, wir müssen mit jedem Charakter ein Hotdog essen. So, dementsprechend werden wir mit allen Leuten dahinlaufen und jeder von denen wird einen verdammten Hotdog essen und alle werden sich übergeben müssen. So ein Mist, ey. So ickelig. Just order your food and get lost. Give me a greasy crap burger with extra heart attack. We're not serving hamburgers until our hot dogs are gone. Now get lost. Dann nehmen wir halt so ein Hotdog. Ich fürchte, dass es wirklich ist. mit den Hotdog essen sind. Wir versuchen, sie zu verabschieden vor allem... Na gut. Ich hoffe, dass du dich schraubst. Das ist ein Schraub. Und ich muss wissen, dass ich... muss ich gehen. Ich fühle mich jetzt besser. Nicht, dass das irgendwas ändert. Aber gut, dann holen wir uns... Oh, ne, die will wahrscheinlich das Ding nicht essen. Aber... Wir müssen da hin. So, und auch du wirst ein Hotdog essen. Ich bin dran. Willkommen zurück, Dolores. Wie ist die Geschichte? Wie ist dein Leben wichtiges Spielverteidig? Wie ist das? Es ist nicht zu schlimm. Lauf, die Beste? Gibt es viel Geld? Der Boss ist ein Mann? Es ist gut zu haben. Ich wollte einfach sagen, ich weiß, dass dein Papa Chuck war ein bisschen dick. Du bist über mich? Stop, Dave. Du bist, du bist aus der Wille war ein dicker. Tja, ich, ähm, muss zwei essen. Auch, äh, die Freitagswelt vorher einen Hamburger gibt. Ja, dann müssen wir auch hier durch, ne? So, dann lassen wir den Hotdog. Nein, ist ihn nicht. Das ist die Kotzfolge, ne? Oh, ich fühle mich jetzt besser. So, aber jetzt können wir hier endlich den Hotdog nehmen. Genau. Den Hamburger. All right, honey, now that you help us move those hotdogs, you can have a hamburger. Dave, burn one, take it through the garden and pin a rose on it. Ready. Been saving one here in the grill pocket, just in case. Mmh. Here you go, hon. Lecker. So. Die Kotzaritis-Folge ist durch. Also, alle Leute haben da was gegessen. Ähm, deswegen, liebe Leute, die jetzt, ähm, bei YouTube oder bei Twitch zugucken, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre für euch zu spielen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge in zwei Tagen wiedersehen. Lieben Dank und eine schöne Zeit. Tschüss.